Heidelberg ist die schönste Stadt Deutschlands. Sagen ziemlich viele und deswegen mussten wir Greta beweisen, dass es stimmt. Die war nämlich noch nie dort und hat uns nicht geglaubt. Mit blauem Himmel und der strahlenden Sonne begrüßte uns Heidelberg. Besser kann es doch gar nicht werden, dachten wir uns. Meine Güte, lagen wir falsch. Auf einmal fing eine Gruppe von Menschen an zu singen und tanzen auf der Straße. Im nächsten Moment fing eine Person an zu slackleinen über unseren Kopfen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch nicht mal den besten Teil der Stadt gesehen. Obwohl Heidelberg uns auch schon mit der super langen Shoppingmeile und dessen super süßen Gassen überzeugt hatte. Um zum besten Teil der Stadt zu kommen, benutzen wir die Bergbahn. Die Fahrt dauert keine drei Minuten. Wir entschieden uns dazu, eine Haltstelle nach dem Schloss auszusteigen und etwas runterzulaufen. Belohnt wurden wir mit wunderschönen Aussichten. Angekommen am Schloss ging auch langsam die Sonne unter. Und wir wurden sogar Zeugen eines Heiratsantrags. Also wenn diese romantische Atmosphäre Greta jetzt nicht überzeugen konnte, dann weiß ich auch nicht mehr.